Hallo, hallo, hallo! Wir machen heute ein Let's Battle Minecraft! Ich und Krümel. Also Krümel und ich. Ja, ich. Ja. Ja, das ist der Krümel. Mit meinem Skin, das wird sich bald ändern, denn bald ist das vorbei. Dann hat er seinen eigenen Skin. Yay! Dann sehen mich alle so, wie ich eigentlich bin. Wie bist du denn eigentlich? Erzähl es mir. Ich weiß nicht. Erzähl es mir. Ich kann mich ja selber nicht sehen. Ich sehe mich immer nur bei deinen Let's Plays. Ja, ja, ja. So, wir machen heute ein Hunger-Game. Hunger-Game ist klar, man rennt rum und muss essen und versuchen zu überleben, bis man am Ende als Einziger noch lebt. Da es nur zwei sind, wird es schnell gehen, hoffe ich. Ich habe keinen Bock, hier drei Stunden aufzunehmen. So, dann sage ich, eins, zwei, drei, los! Erstmal was suchen hier. Ja, überall in der Karte sind Truhen versteckt, wo man nützliche Sachen drin findet, wenn man eine findet. Lass mich raten, du hast bestimmt schon ein Diamantschwert gefunden. Na klar, ich habe eine komplette Diamantrüstung alles verzaubert mit Protection und alles hoch 10 und sowas. Finde ich zu mir unfair. Sehr unfair. Sehr unfair. Ich finde hier gar nichts. Nicht mal eine Truhe. Hast du schon eine Sache gefunden? Sag ich dir doch nicht. Oh. Ich bin gerade auf Tauchgang. Tauchgang. Wer sage ich nicht. Oh, bestimmt gehst du zu dieser komischen Festung. Was für eine Festung? Ach, lass doch. Ist nichts. Denk dran, du solltest nicht rennen, denn sonst versparst du, äh, denn sonst hast du keinen... Ja, ich war alles. Keinen. Da ist ein Schwein! Stirb Schwein! Achja, man darf nichts kaputt machen, außer Gras und... Äh, Laub. Äh, Laub. Und Tiere. Und man darf Tiere töten. Und man darf Tiere natürlich töten. Wenn dieses Schwein endlich sterben würde. Aber ich habe keine Waffe. Paul, wir müssen unsere Zuschauer unterhalten! Jaja, das ist sehr gut. Also, ich bin jetzt hier gerade auf so einem lustigen Weg. Oh, hier ist was. Ich glaube, ich habe was gefunden. Na super, ich will auch was haben. Nein, nein, sicher nicht. Nein, nein, es ist doch nichts. Es war nur ein Stein. Nein, 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 nein. Ich hoffe jetzt mal. Es gibt überhaupt Truhen. Ja. Wäre blöd, wenn... Ja, wäre blöd, wenn... Ja, wäre blöd, wenn die ausgestattet sind. Ein Hanger-Game ohne Truhen. He, ein Hanger-Game ohne Truhen, na super. Ich krieg Hunger, nein. Hm. Du bist so hart? Nein. Und noch was? Äh, Pilze darf man nicht abbauen, oder? Nee. Schade. Verboten. 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 Ich habe hier nämlich gerade so eine ganz schöne Pilzesammlung hier. Warte. Oh man, ich falle ins Wasser. Ein See. Ein großer, schöner See. Und immer noch keine Truhe. Hm. Langsam müsste hier doch irgendwo mal eine sein. Oh, ich habe Eisenerz gefunden. Geil, ne? Ja. Ja, habe ich auch schon gesehen. Oh, dann bist du wahrscheinlich ganz bei mir in der Nähe. Muss nicht sein. Es gibt bestimmt mehrere Stellen, wo ich auf der Nähe bin. Nein, es gibt doch die eine. Gott, wo bin ich denn hier? Tja. Echt das wirst du? Ja, wenn ich hier runterfalle, dann komme ich wahrscheinlich nicht wieder hoch. Nee, nee, nee. Da gehe ich nicht hin. Das hängt nicht. Gras, Gras, Baum. Ich vermisse Truhen. Truhen? Ah ja. Ja, Truhen. Hier habe ich so ein Loch, was aussieht, als wäre da eine Truhe drin, aber irgendwie ist keine drin. Also da könnte eine drin sein, aber es ist keine drin. Ist ein bisschen schade. Das ist schlecht. Das ist gut. Das ist schlecht. Oh, ich habe was gefunden. Ich... Also keine Truhe, aber etwas. Etwas? Wahrscheinlich ein Haus mit dieser Werkbank oder sowas. Ist hier irgendwas? Nee. Ich weiß nicht, ich kenne die Map nicht gut. Ich habe die einmal in Let's Play davon gesehen, aber auch nur so ein Teil Kohle. Ich schwimme hier gerade so ein bisschen rum. Tintenfisch. Boah, hier sind Tintenfische. Oh, wie cool. Tinti. Tinti und Tonti. Toll. Okay. Das hat mir jetzt nicht so viel gebracht, aber mach. Ja, mir bringt hier gerade auch nichts, was... Wir sind dort hinten, Fisch und Tinti. Wow. Sag mal, bist du hier irgendwo? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe gerade irgendwas... Oder? Keine Ahnung. Ich dachte eben, da warst du. Nein, hast du nicht. Hm. Hm. Ich dachte echt, da warst du irgendwo. Nee. Nein. Ich bin hier nicht. Ich habe einen Jump Run gefunden. Oh, schick. Aber das... Und ich bin runtergefallen. Haha. Da war eh keine Truhe. War nur von einem Ende zum See zum anderen. Ich weiß, wo ich hin will, aber ich finde es nicht. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich hin will. Oh, da ist eine Glaswand. Ist das gut? Ich habe ein Loch mit Lava gefunden, wo ich nicht reinfallen sollte. Mhm. Äh, Paul, die Glaswand ist das Ende. Das weißt du. Ja, ja. Ich weiß. Für alle, die sich jetzt wundern, dass keine Monster erscheinen, äh, Monster sind bei einem Hangar Game aus. Also es gibt Hangar Games auch mit Monstern, aber dieses hier ist ein gute Monster. Weil wenn du zu zweit ist es los, dann kommt einer irgendwie eine Monster-Engel, sag ich jetzt mal, wo ganz viele Monster sind und dann... Und dann stört er durch einen Pfeil von einem Skelett in die Brust. Oh Gott. Hä, warum ist hier eine Spinne? Eine Spinne? Weil wir sind Spinnen. What the fuck? Warum? Ich bin tot. Oh. Äh, das zählt nicht als tot. Du kannst natürlich wieder spawnen. Ja, aber warum? Warte mal. Keine Ahnung, warum? Warte, jetzt ist eine Spinne. Ich weiß es nicht. Guck mal, meine Diamanten und meine Kohle. Was? Du hattest Diamanten und Kohle? Zwei Diamanten und ein Kohle-Stück hatte ich ja. Hä, wozu brauchst du Kohle? Keine Ahnung, habe ich ihn im Ofen gefunden. Ja, okay stimmt, die Kohle brauchst du zum Essen grillen. Apropos Essen, ich krieg auch langsam Hunger. Ja, mein Hunger ist jetzt wieder aufgefüllt, weil ich gestorben bin. Das finde ich unfair. Okay, okay, das heißt wir müssen darauf passen, weil es gibt anscheinend doch Monster, obwohl ich sie eigentlich ausgespielt habe. Also bei mir ist kein einziges. Hm, dann war das wahrscheinlich, keine Ahnung. Ein Bug. Ein Spielfehler. Ja, ein Bug. Immer auf meine Kohle. Ja, immer auf deine. Oh Mann, ich finde keine Truhe. Das finde ich voll unfair. Das ist das langweiligste. Also ich habe schon eine leere Truhe gefunden. Von daraus schließe ich, dass du schon mindestens eine gefunden hast. Nein Paul, ich habe ernsthaft noch keine einzige gefunden. Das kann ich dir versichern. Ja, aber warum habe ich deine Leere gefunden? Vielleicht gibt es einfach leere Truhen. Du kannst uns nachher im Let's Play nachsehen. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Truhe gefunden. Okay. Dann glaube ich die mal. Ja. Ich finde... Ja, da gibt es anscheinend auch leere Truhen. Ist ja gemein. Das finde ich auch echt gemein. Aber ich mich so gefreut, ja eine Truhe und dann war sie leer. Ja. Ja, ich habe das Geräusch bei dir gehört von der Truhe. G interven tantal thank you. Nein. Hier geht's 하 tan quickly. primdat если an der Truhe hat keine orbiyetig lorsaste blaue ge 這個 hustet Tanke, ich bin nur eine Grube. Ist ja mal eine junge Idee für undase wieder eine oder so oder so. gibt es doch eine Burg und eine Brücke und einen Durchschnitt zur Arm? Und die Schlaume. Oh nein. Drock. Ohhh, es geht hier weiter. Jaja, das ist von dir kein Mittler als Ernte, war mir klar. Das einzige Blöde an dieser Map ist, dass sie so groß ist. Ja stimmt, zu zweit ist das ein bisschen komisch, ne? Hm, ja, aber... Boah, ich hab was zu packen, aber ich komm da nicht hin. Ist ja voll scheiße. Wieso, wo ist denn das? Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen höher gelegen, aber so, dass man da grad so nicht hinkommt. Dann musst du einen anderen Weg dahin finden. Ja, muss ich wohl. Boah, Gott ist das riesig hier. Dann guck ich mal, ob ich hier irgendwo was bin. Als Zombie, das gespielt hat, hat er ständig Kisten gefunden. Oh man, ich krieg echt langsam Hunger. Dann lassst du nicht so viel rennen. Ich renne überhaupt nicht. Ja, dann kriegst du keinen Hunger. Eigentlich. Ein bisschen schon. Was? Ja, ein ganz bisschen Hunger kriegt man glaube ich trotzdem. Ich bin jetzt ein bisschen gerannt und sonst eigentlich gar nicht und hab trotzdem noch keinen Hunger verloren. Du bist ja auch zwischendurch gestorben. Ja, trotzdem. Seit der Zeit meine ich jetzt. Hm. Warte, da unten ist das. Ah, da muss man hier runterfallen. Ich will auch mal runterfallen. Wie gemein. Wie gemein. Wie gemein. Da bin ich jetzt runtergefallen und dann war da ein Kolben und der hat mich wieder runtergeschubt. Ah, ich glaub die Stelle kenn ich. Oh man, das ist ja richtig scheiße. Ja. Da muss man auf einen anderen. Da muss man auf den nächsten gleich springen. Ja. Das hat mir auch aufgefallen. Hätte ich das noch vorher gewusst, das wäre ganz nett gewesen. Aber nein. Sagt mir ja keiner. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich renne die ganze Zeit im Kreis. Oh, hier klingelt grad das Telefon. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.